So, erstens mal CT starten, warum auch immer, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie das hier festgelegt wird, oder ob das einfach random ist, keine Ahnung, aber vielleicht erwartet uns ja so ein spannendes Spiel, ich habe keine Ahnung, was man hier auf das 1 erwarten kann überhaupt, deswegen erste Runde direkt mal den Auto-Director, mit einem schnellen Rush auf A, Flash ist durch, der CT hinten müsste blind geworden sein. So, eine gute Ausgangssage, eigentlich für den Nip. Boah, was sage ich denn da? Ah, bei 2 gegen 2 Situationen. Flan kriegt noch den nächsten Frag, Exist, wird von Cutters geholt und jetzt nur noch 4 Flan mit der Bombe, macht es genau richtig, geht auf den Frag. Boah, die kriegt er sogar, schöner Headshot, als gegen Ghost. So, Bombe kann man hinter der Kiste legen, weiß er vielleicht selbst nicht. Boah, Fehler da bei 5 Flan, also man hätte locker die Bombe hier hinter der Kiste legen können, ungesehen dann von dem CT. So, der guckt zuerst mal in der Weltgeschichte um, aber er kann trotzdem defusen. Eins nur somit für die Aces, wurden ja schon einige Spekulations-Comments abgegeben, ob der Nip heute hier das erste Mal verliert. Wegen der Map halt. Ich bin gespannt, aber ich habe vorhin schon im ersten Spiel gesagt, VP gegen RL, das ist eigentlich ein sehr skill-lastiges Spiel werden wird. Und Nip dort wohl keine Probleme haben wird, Aces irgendwie zu out-aimen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Zumal Aces bisher auch schon mal einen Draw gegen Nip erspielen konnte. Was da los war, keine Ahnung. Das Geheul wird natürlich groß sein, wenn ein Aces hier gewinnt, aber... Naja, erst mal abwarten. Erst mal die erste Hälfte. Und dann sowieso auf dieser krassen CT-Map, auch wenn es da einen neuen Abgang gibt, ist es immer noch eine CT-Map. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Und die ist so imbalanced. Die muss einfach so schnell wie möglich raus aus dem Map-Pool. Und eine bessere wie Cash rein. Zum Beispiel. Oder Light oder was weiß ich. Cash würde ich mich freuen. Und... Mal gucken. So, erst der Coup Drowned. Nip. Sogar so eine Art Standardaufbau. Krass, ihn aber direkt den First weg. Aber es liegt oben an. Die CTs spielen da relativ aggressiv. So, wir wollen da auf jeden Fall Sniper-Pet holen. Das sieht doch schon mal ganz solide aus von den Spaniern. Machen gut Schaden an Nip. Hält ihn da oben ziemlich safe. Hier wird also das Rohr ausgespielt. Nur noch Getrad und Friberg. Getrad muss sich reißen mit seinen 100 HP gegen vier Leute. Friberg pusht durch den Smoke. Sie kriegen die Spiele einfach nicht kaputt. 13 noch 19 HP. Dabei Ghost und Torpe. So, da ist die erste Coup schon mal an die Spanier. Ach komm, der Scheiß. Also nicht die Spanier, sondern was anderes. Gigi, der Tick auf Ritmo ist noch kaputt. Also nicht wundern, dass dort kein Ergebnis steht. So, nochmal eine Eco bei Nip. Forrest, letzter Mann. Gleich also das 4-0. Schöner Kommentar-Schwelle. Quali, wie der schlechte, keine Ahnung. Ja, ich hab auf jeden Fall die Bitrate runtergesetzt. Aber diesmal gibt's endlich die Capture Card. Und dann geht's richtig ab. Bis dahin muss ich mich noch mit dem begnügen, was ich hier hab. Mal schauen, wie ich das dann alles einstellen kann. Haben wir dazu mehr, wenn's so weit ist. Nip, passiert wieder die guten Shots am Anfang. Oh, wie Ghost hat das... Der geht einfach nochmal vor auf Duell. Also auch die Spanier wissen hier gut Bescheid, wie sie die Alpe zu spielen haben. Oh, schöner Shot von Friberg. Oh, Mitte stirbt aber auch. Also man merkt schon Nip. Hat natürlich hier keinen richtigen Plan, wie sie auf der Map agieren. Und das Einzige, was sie hier machen, ist wirklich auf Skill gehen. Bisschen auf Teamplay, so Basic Teamplay halt. Viel mehr wird hier nicht bei rumkommen. Schöner Move von Drift King da über hinten. Boah, da schießen sie sich gegenseitig an. Boah, schön geschossen von ihm. Von Drift King, Drive King. Wer ist denn jetzt... Warte mal. Agilien ist da. Wiss ist da. Ghostie ist da. Da müsste... Torpe ist da. Okay, Soaker ist das also. Drive King, Drift King. Drift King. Hoffe ich zumindest, dass es Soaker ist. Und ich, ähm... Oh ja, mal Soaker nicht bei Wizards gesehen gestern. Ich bin verwirrt. Hochgradig ist verwirrt. Ich schau mal so halbherzig nebenbei. Auf der Aces Seite. So, schön. Endlich klingt auch Nip mal da oben die Frakes. Drei Stück an der Zahl. So, genau. Keine Chance weiter. Agilien gegen drei. Die Bombe. Sieht so aus, als ob sie schon durch ist. Ne, ist noch da oben an der Brücke. Ah, die wäre gar nicht so ganz gut geschossen, aber da ist es die erste Equipped-Round für Nip. So, was haben wir denn hier? Archives, Stats. Gut unübersichtlich, diese Seite. Boah, ist die aber nicht mal an der Team-Seite hier, oder was? Doch, hier Teams, Players. Sisko. Torpe, Agilien, Ghostie, Wiz. Doch, das ist ein neuer. Der heißt Drift King. Also, sorry, dass ich ihn gerade Soaker genannt habe. Spanier übrigens mit Eco. Noch mal zwei Waffen stibitzen. Aber Nip hat jetzt natürlich leichtes Spiel, da einfach auf B zu gehen. Die Bombe legen. Ghost's Posey auch bekannt. Die Waffe dürfte er nicht safen können. Und er stirbt auch. Fünf zu zwei. So, die Aces wieder mit Geld. Dann wird Soaker wahrscheinlich zu den Wizards gewechselt sein. Okay. Nun gut. Jo, tausend Hits bald. Ich weiß. So, ich hoffe, wie wird Zeit, dass ich hier viel mit Autoreactor arbeite. Aber ich glaube, das ist schon gut so. Wenn man jetzt mal Frags sieht. Fribeck kommt einfach B auf. Easy für ihn. Und zwar gegriffen. Und zwar gegriffen. Das ist nicht schön. Nur noch Torpe oben. Gegen vier. Das ist halt auch immer das krasse bei Nip. Sie liegen irgendwie hinten. Und dann wissen sie halt irgendwie immer, was sie zu tun haben. Legen da so einen Schalter um. Oder machen ein, zwei Sachen anders. Und dann schießen sie einfach um. Das war an die Overview gewöhnt hier. Einige Spiele werde ich ja schon casten auf der Map. Und dann noch eine Morgenmaus gegen ESC und ESC und AL, glaube ich. Und ich glaube, beide auf Dust 1. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was wir noch zu sehen kriegen auf der Map. So, die erste Arbe bei Agilien. So, aber Nip geht wieder hinten raus am Antipad. Und geben da schon gut Gas. Die ESC trauen sich jetzt aber nicht mehr so viel. Stehen da viel defensiver. Vorhin standen sie am Sniperpad. Aber da kommen auch richtig viele Granaten von Nip. Oh, da bussen sie sich nochmal hoch. Nett. Nette Idee. So, Getrade macht da immer allein Katast, glaube ich. Also ich würde den ESC empfehlen. Ich meine, sie wissen doch eigentlich, dass unten... Boah. Dass unten alle aufbauen. Und eigentlich nur einer bis zwei Cutters sind. Deswegen könnten sie einfach Cutters einnehmen. Haben sie, glaube ich, auch gerade gemacht. Aber halt relativ spät. Ich würde es mir am Anfang wünschen, dass sie da Getrade komplett zurückdrängen. Und dann müssen sie sich eigentlich nur noch auf eine Sache konzentrieren. So, wir fliegen gegen drei. Hat er einfach den... Hat er einfach easy den Shot hier an dem Schlitz. Ich kriege ihn gar nicht richtig hin. Er ist zu weit strafed. So, sechs zu vier. Aber vier T-Runden. Davon waren zwei Ecos. Mal gucken. Ich predigte einfach mal, dass Nip keine einzige C die Runde abgibt. Weil vielleicht die Pistole mehr weiss. So, ESC spielen das aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Mal schauen, was ein Torpeder macht. Jetzt mal blocken sie wieder ein bisschen aggressiver. Boah, schön fokussiert von Forrest. Direkt auch die AEs oben zum... Na, zum Sniperpad. Jetzt kommt die Smoke. Boah, schöner Schuss. Der war sogar durch die Smoke. Oder er hat die noch kurzzeitig gesehen. Ghost kriegt auch die Hits. Jetzt sterben sie aber auch alle einzeln. Also am Anfang haben sie das viel, viel besser gehandelt. Wo sie aggressiver standen. Wo sie selbst irgendwie Granaten geworfen haben. Jetzt lassen sie die T's einfach nur noch kommen. Und die raffen natürlich auch langsam, wo sie hin-aimen müssen. Wo sie pre-aimen müssen. Hey, den Kommentar hätte ich nicht deleten müssen, ne? Von Proder. Wir müssen nicht alles löschen. So, leider noch ein A-Eco bei Aces. Dann heißt es schon 6-6. Ich hoffe, dass die Aces es schaffen, noch ein paar T-Runden zu holen. Och. Ich muss schon da mal vorbeilaufen. Jetzt seht ihr da hinten. Jetzt haben sie ja erst gesehen. Aces hat er dann nicht mal hingezielt. Schöner Mini-Step da am Anfang von Ghost. Tja, 6-6. Nip wird sie sich wahrscheinlich ja auch noch die Führung holen. Aber vielleicht stellen die Aces ja ein bisschen was um. Wie gesagt, also, ich finde, sie sollten oben vielleicht einfach Cutters einnehmen. Oder halt unten mal wieder mit Granaten agieren. Einfach gegen Flächen die ganze Zeit. Nip gar nicht so weit vorkommen lassen. So, zwei Cutters, zwei unten. Da gibt es die erste Flash. Ghost können natürlich auch mal wieder schräger runtergehen. Aber sie spielen es immer, immer defensiver. Und das spielt meiner Meinung nach Nip zu sehr in die Karten. Wo steht der hier? Boah, C. What? Da steht CT Base. Da, hier steht der. CT Base. What the fuck? Also, wie gesagt, sie, anstatt offensiver Cutters zu spielen zum Beispiel, spielt sie es defensiver überall. Jetzt bin ich gespannt, ob das aufgeht. Also, sie lassen sich ja komplett vorkommen jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt. A wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Boah. Friebeck, der hat heute den First Track gemacht. Hat doch kaum Hits bekommen. Nicht so viele, keine. So, tut es gut. Abgesmoked von Nip. Da war eigentlich nur eine AP. Das ist Agilien. Dessen Pose ist auch bekannt. Kann da auch keinen mehr setzen. Jetzt ist die runter eigentlich fast wieder verloren. Einer war da, glaube ich, sogar noch am Steg hinten. Forest, keine Chance da. Die Spanier, schöne Facts von eben. 7 zu 6. Also, sie wählen meiner Meinung nach das falsche Mittel. Lassen sich viel zu sehr beeindrucken von Nip. Am Anfang hat es so gut geklappt und sie ziehen irgendwie die falschen Schlüssel draus. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum so viele Leute rübergekommen sind. Weil die ja nicht auf dem Go-TV waren. Deswegen kommen alle hier her. Ich dachte schon. Naja. Traubewerfung recht schnell. Naja. Naja, das wäre ja unfair. Ich freue mich zwar über die Viewer, aber die sind so schnell da. Also, sie sind so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Das ist auch relativ egal. Ich könnte es jetzt eigentlich auch alle beleidigen. Ihr seid alle scheiße, scheiß Ausländer und so weiter. Versteht mich ja eh keiner. So, pass auf. Jetzt ist Riggs back on stream. Jetzt gehen die Zahlen wahrscheinlich instant wieder runter. Tja, Riggs. Das kommt einfach mal, wenn man zu spät auf den Go-TV geht. XD XD So, jetzt endlich mal wieder was Offensives. Wer ist das da unten? Torpe. Oh, schön. Nein! Er schießt in dem... Oh ja, wurde nicht gesehen. Boah. Oh, und Forrest hat da aufgepasst. Oder hat er irgendwie den Schuss doch noch mitbekommen. Aber der Rest stirbt dann einfach. Und Drift King guckt da nicht mal nach rechts. Ai, ai, ai. Sechs. Oh, neun, sechs. Und das als Terror. Wenn das mal dieses Todesurteil ist. Werbung, schnell. Ihr wollt's ja so. Ha! Ist sogar eine down. Also ihr verpasst nicht mal was. Ach, wenn mich die, die Werbung haben, jetzt eh nicht hören. Aber NSE ausgetimt. Oh, das ist nett. Extra für mich Adblock ausgemacht. So wollen wir das haben. Wie, wie, wirklich nach Werbung schreit? Gut, dann halt noch eine. Geht ja innerlich weiter. Siehste? Siehste? Hab ich doch gesagt. Ich wusste es. Also für alle, die irgendwie immer dieselbe Werbung bekommen. Und davon sich satt sehen. Einfach mal Cookies löschen. Und dann abwarten, was ihr beim nächsten Mal bekommt. Ich kann leider seinen Namen nicht aussprechen. Ich kann halt die ganze Zeit welche braunen Werbung bekommen. Also hier, äh, Rasiererwerbung. Ob ich kiffe? Nö. Das ist schon lange vorbei, die Zeit. Jupp, Trollf, das ist Dast 1. Dast 1 SE. Um genau zu sein. Achso, übrigens. Ich hab noch einen Premium-Keyer, aber den hab ich eigentlich gestern rausgeraffelt. Warte mal an, wen ging denn der? Mal kurz nebenbei nachschauen. Der Wiss ist ja immer noch nicht da. Wie viel Cent bringt 1 KW bei einer Werbung? Ja, es wird immer so geschätzt. 2 Dollar, aber das ist halt nicht so. Also es ist halt eh random. Du kannst es halt nicht pauschal sagen, weil eine Werbung bringt, glaub ich, mehr als eine andere. Und das kannst du halt nicht beeinflussen, von daher. Ja. Ich könnte es mal statt... Ich könnte es mal... Das könnte ich eigentlich mal machen. Die ganzen Daten irgendwie reintragen und gucken, was im Durchschnitt ein Spot bringt. So, äh, was wollte ich tun? Bestimmt noch eine Werbung. Okay. So, er kann... Ich hab schon 10 Karma-Punkte. Bin ich nicht toll. So, ein Key. Wer war das? Box. So, Devon. D-E-V-N-N-N-N. Du hattest letztens... ...nen Key gewonnen. Und den bist er nicht eingeflogen. Mal gucken, ob du überhaupt hier am Start bist. Im Twitch-Chat. Dürfen, dürfen, dürfen. Ne, ist leider nicht da. Oh gut, ich hab's eh gesagt. Alright, Eintaktzeit. So, viel Spaß mit dem ESA-Key. Während er erst einlöst, der kommt zuerst. Noch hat ihn keiner eingelöst. Und es ist noch nicht aktualisiert. Terroristen gewinnen. Hier haben wir noch keiner, also ran an den Speck. Ja, warum das Spiel nicht weitergeht, der Wiss ist ausgetimt. Immerhin ist es in der Halbzeit passiert und nicht mitten im Spiel, sonst hätten wir eine übelst lange Pause. Nehmen wir uns nicht mit. Ja, Wiss. Immer noch keiner eingelöst, was ist denn da los? Soll ich noch mal posten? Kann gar nicht so schwer sein bei 1300 Leuten, dass ein einziger mal den ESA-Key einlöst. Oh, ist es wieder da? Immer noch nicht. Oder wie gesagt, keine Ahnung, ob es sich... Ich kann nicht noch ein-Key, ja. Zehn Sekunden-Delay, Alter. Egal. Es geht weiter, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, ich predigte ein 10 zu 0. Aber vielleicht sind die Spanier urkrass als Tee. Oh, zwei Decoys haben sie ja immerhin schon mal. Und Duels. Nice. Bin ich gespannt. So, schon mal perfekte H.E. von Nip. Plan. Jetzt kann es einer, zwei und keine Chance. Hat das auch schon richtigerweise gepusht. Genauso soll es sein. Easy peasy Pistol für Nip. Und jetzt wird die Zerstörung einfach nur seinen Lauf nehmen. Seinen evolutionären Lauf. Und hier ist schon wunderschön der Hubschrauber. Helikopter. Nein. Man kann ihm nicht hinterher fliegen. Da fliegt er davon. In die Ferne, in die schwebenden Häuser rein. Zurück. Da, wo er hergekommen ist. Krass, wie weit der, wie lange der wirklich da ist. Jetzt ist er weg. Übrigens auch schön eingerichtet oben. Ganz wichtig, diese drehende Lampe. Get right einmal sprühen, bitte. Das ist beides, aber auch Headshots. Das ist halt so lächerlich. So. Endlich. Key wurde eingelöst. Graz an R, B, N, T, R. Wer auch immer das ist. Ich hoffe, du wirst danach auch weiterhin easy Premium kaufen, damit ich schön hole, Scheffel. Der Key ist ein Monat gültig. Also, ähm. Ja, jetzt kommst du spät, alt SQL. Also, Key ist nicht ein Monat gültig, sondern Key bringt einem ein Monat im Premium. So, das ist wichtig. Oh. Gute Echo von Aces. Drei gegen drei. Noch ein Frag und es sieht sehr ganz gut aus. Gute Waffe im Switch. Ach, schade. Get right now. Too strong in den Cutters. Schönes Teamplay. Zwölf zu sechs. Kommt er noch an eine gute Waffe. Ja, er droppt sie eh. Kauft sich da sowieso eine neue. Oh, Autosniper war getritet. Sehr schön. Was ist das? Was bringt das? ECA ist quasi das, äh, asiatisch. Das amerikanische Pendant zu ESL. Also auch eine große Liga. Man kann Gather spielen, sogenannte Pucks. Problem ist, man braucht halt Premium. Und die hauen halt gerade, hast du auch viele Keys raus. Das Scatter-System ist ziemlich cool. Äh, man braucht keinen Server. Es ist alles gestellt. Man connectet einfach auf den Server, schreibt ready. Und wenn alle, wenn zehn Mann auf den Server sind ready geschrieben haben, geht's halt los. Also kein großes Versus suchen. Kein, ja, es ist einfach super wenig Aufwand. Man connectt mit einem Client quasi auf den Server und dann geht's los. Verdammt unkompliziert. Man braucht sich über nichts wirklich Gedanken machen. Das Beste daran ist eigentlich auch noch, dass es Stats gibt. Also du hast sehr umfangreiche Statistiken drüber, wie viele Fracks du gemacht hast, Assists und Headshots und sowas. Headshot-Ratio etc. pp. Wird alles getrackt, alles in Echtzeit getrackt. Also du kannst, während ein Kumpel zum Beispiel irgendwie ein Puck spielt, kannst du auf der ECA-Seite nachschauen, wie es da gerade steht. Was wäre gerade, wie viel, was jemand gerade für Stats hat etc. Einfach mal nachschauen auf ECA.net. Und das Anti-Cheat-Tool ist natürlich auch ziemlich, soll ziemlich gut sein. Ja, cheaterfrei ist es nicht unbedingt, also ich weiß nicht, manchmal hat man schon krasse Leute. Ja, das ist natürlich auch noch ein positiver Aspekt des Skill-Niveaus. Gefühlt wesentlich höher als im Versus. Außerdem trifft man oft irgendwelche bekannten Spieler an. Gerade abends spielen doch schon mal der ein oder andere Profi. Von den ganzen Top-Clans kann man auf jeden Fall einige sehen. So, dann nimmt man den Unterzahlen. Und Headshot hält einfach den Schlitz. Aber nicht in den Schlitz von der Anna, sondern in den Schlitz auf das Eins. Och! Schnellt auf der Anagila. Ui, sie holen sich tatsächlich noch eine Runde. Hätte ich zum Glück, glaube ich, jetzt nicht gewettet. Aber ich hätte meinen Arsch straff verwettet, dass sie hier keine Runde abgeben. Aber sie werden eh ein bisschen daddeln. Oh! Ich habe gespottet. Bin ich jetzt gemacht? Aggressiver Move von Forrest. Hat er am Anfang Probleme gehabt. Da hat er mit dem überragenden Spray doch noch zwei gemacht. Aber wieder eine knappe Ausgangslage. Boah, krasse Headshot von Exist. Direkt noch eine hinterher. Passt noch Inset unten auf. Och, dieses Prefire allein schon. Wie da einfach gegast wird. Ah, jetzt haben sie aber schon Probleme. Und auch GetRights zur Hilfe. Wir haben keine Chance. So, jetzt werden die Spanier wahrscheinlich auch sparen müssen. Wobei, drei Leute könnten kaufen. Tja, also die Ergebnisse auf das 1 werden... Auf den beiden Spieltagen auf jeden Fall ziemlich random werden, würde ich mal meinen. Außer die beiden Nipp-Spiele. Bei denen kann man getrost auf Nipp, denke ich mal, tippen. Und Forrest wieder mit Gas. Passt allerdings in der Smoke nicht auf. Boah, wie lange der Bind ist. Alter. Dieser kleine Troll einfach. Der wald. Das war ein bisschen Probleme, aber... Die Probleme reichen halt noch lange nicht, um da... ...gekillt zu werden. XD und Knife. Der schöne Smoke. Und dann hält der einfach die ganze Zeit rein. Das ist Forrest. Sehr schön. Wieder zwei Opening-Frags. Boah, X ist gute Pose. Da saß wohl in den Spanier schon mal. Boah, Überzahl. Trotzdem noch extrem ekelhaft. Geht euch mit der Außer-Sniperin.